Der dargestellte Stromkreis besteht aus einer Stromquelle von U gleich 6 Volt und 4 Widerständen R1, R2, R3 und R4 von jeweils 2 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm und 1 Ohm. Berechne den Gesamtwiderstand R und die gesamte Stromstärke I. Wir schreiben zuerst die Angaben auf. Die Spannung U beträgt 6 Volt und die Widerstände R1, R2, R3 und R4 betragen jeweils 2 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm und 1 Ohm. Gefragt werden der Gesamtwiderstand R, den wir in Ohm ausdrücken und die Gesamtstromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken. Die drei Widerstände R1, R2 und R3 sind parallel geschaltet. Also zu diesen drei Widerständen haben wir diese Formel von Kirchhoff zur Verfügung. Wir nutzen die Mittleren. Ich nenne hier den Gesamtwiderstand der drei Widerstände R1, R2 und R3. Jetzt ersetzen wir R1 durch 2, R2 durch 4 und R3 durch 8. So erhalten wir die Summe dieser drei Brüche, die wir gleichnamig machen und somit finden wir als Kehrwert von R123 7 Achtel. Also ist dieser Widerstände R123 0. Die Widerstände R123 und R4 sind in Serie geschaltet. Dazu haben wir also diese Formeln von Kirchhoff zur Verfügung. Die mittlere besagt, dass wir den Gesamtwiderstand finden als Summe von R123 und R4. R123 ersetzen wir durch 8 Siebtel und R4 durch 1 und somit finden wir als Gesamtwiderstand 15 Siebtel, das heißt 2,14 Ohm ungefähr. Der gesuchte Gesamtwiderstand R beträgt also ungefähr 2,14 Ohm. Das halten wir als erste Endantwort fest. Jetzt suchen wir noch die Stromstärke I. Wir haben aber die Spannung U, die beträgt 6 Volt und mittlerweile haben wir auch den Gesamtwiderstand R, der beträgt 2,14 Ohm. Also eignet sich hier das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I, um I herauszufinden. U gleich R mal I hat als Folge, dass I U geteilt durch R ist, das heißt 6 geteilt durch 2,14. Und das macht ungefähr 2,8 Ampere. Die Gesamtstromstärke I beträgt ungefähr 2,8 Ampere. Das ist unsere zweite Endantwort.